alles klar nächste Runde Aram heute gegen Blut Wurst der Typ ist blau den fünf also weil ich verkacken wahrscheinlich kenne ich will sie aussuchen die ist egal ja du wirst du das auch so ich habe mir schon immer so er wird und spüren er will nur was wir gucken um die Milchung oder will das weiß ich gar nicht da ja so er hat immer so recht und hat das Prenn-Mogana-Wayne-6-Annie-Poppy-Asia-Molzer auswählen Römer schon Römer schon ja so hast du jetzt 44 gespielt also hast du noch mehr als die Hälfte Draven Draven müssen wir dürftlich noch nicht haben Draven haben wir noch nicht alles klar dann schwimmt Draven mit Heal Fresh du darfst dir selber aussuchen ist egal wie du darfst dir selber aussuchen kennst du die Regeln also keine Heal-Teile also es geht einfach los um Nexus zu zerstören und keine Heal-Teile einsammeln keine Heal-Teile einsammeln also keine Heal-Teile einsammeln ja also diese Heal-Pots äh diese Heal-Teile da nicht einsammeln diese Heal-Kreuze da ja sonst alles ganz normal äh ja möge der Bessere gewinnen und viel Spaß dir gleich halt Pool-Party Draven eigentlich der schmeißt den Puffi so'n Club scheiße ey ich hab muss das ganz normal Draven von der weg bist du Fan oder wie? ohne ohne es war nicht mehr so ach du scheiße ey was kauft man sich in der Draven Riesenschwert und zwei Heal-Pots eigentlich gar klar die in 5 ey da werd ich da werd ich zu kämpfen dran haben boah ich bin noch bisschen K.O. ich war gestern oh lol oh du hast Riesenschwert Alter die sind jetzt billiger worden ne? mhm jetzt kostet noch 1300 jaja das neue Patch jetzt ist es Season 6 Patch oh weh ey das ist voll die ARD-Carrier äh das ist auch der komische easy hoch ja aber das geht halt immer drum dass der ARD-Carrier jetzt besser sein muss wenn du Noob bist dann bringt's dir dazu nix Graves ist ja jetzt so hat gepusht worden ah hat er ja gerade aufgepasst ah ok oh du magst mehr mehr Schaden als ich dir ach so stimmt wir sind ja Level 3 ja klar ah ja warte ah 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 nice so muss das gehen ey ich führ gegen den Platinsspieler mein Gott ey geht doch ich fang irgendwie auf einmal mit der Axt nicht was ich krieg die Axt nicht gefangen ja das ist halt das ist halt äh kannst du mal das Skill dass du die Axt nicht mal fangen kannst boah das ist eigentlich gar nicht so schwer oder weiß weil ich kenne doch ein Dämonischer Zimmer Tränen die Bildung Volkow und Lärm das war die Dauer und meine die Dauer die Dauer die die Einzel um Ruh Ruh aber übel abkommend aber gut 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 aber der Blutwurst wuuh 30 AP Bist du noch Luft dazwischen? Bisschen, ne? Wer hat dir Schmerz bestellt? Hat jemand Dezibel bestellt? Der ist jetzt da! Bam! 2-0, Alter, läuft! Du bist du nicht eigentlich ein Wukong-Spieler? Bist du nicht eigentlich ein Wukong-Spieler? Wukong mal hin? Doch, Wukong, Riven, Renekton, Warum spielst du nicht ein Wukong? Also war endlich Nicht so, Max, mich glattere ich Ich spiel nie ADC Das ist mein Freund Ach, scheißegal Ah, okay, okay, okay Jetzt spiel ich mal einständig mal Ja, klar! Ist klar, ist klar Jetzt gibt's Schelle Was hat er denn schönes? Ohhhh Hat sich gleich im Mantel des Geschicks leisten können Ey, du bist dabei Du schmeißt aber mit Fuhwis zum Club, ey, Wahnsinn Weißt du was? Friss! Friss! Haha Was schlägt das aus Jildingbote zu Ich hab wieder auswählte welcher Zieldinger gelaufen der Tat ab der Kugel so was aus weil ich kenne sie und alt ist nicht aber da bewegen bewegen uns aus die Schachter ausprobieren ich hätte ich denke ich habe aber wieder ganz ich frau doch noch ganz normal achte scheiße Meillen KDU Kaufe schon mal das war nach der schön aber so noch gute Wünsche zu Ja gut, ich muss eher an die Base, ne? Hat nicht gut ausgeprügt, das dürfte eigentlich noch was bringen Naja, naja, naja Okay, der erste Tau ist down Schön Boah, der kritzt die Hallendefte Ich hab ja meine passive, meine Meisterschaft, ne? Die Hallen so kross Aua! Aua! Alter, halt aus der Junge, ey Krasse Typ 154, ja du hast ja viel mehr AD als ich Ja warte, jetzt rüste ich mal auf Jetzt kommt er bei mir auch mal schön, hier Riesenschwert und dann, da gibt's Hauer, da gibt's Hauer für dich Das würd ich sehen Au! Komm mal her, komm her, komm her Schön Schön So, jetzt wird aufgedreht hier Wie findest du die neue Änderung von der Season 6? Ich denk's wird geiler wie die Tankmeter Die Tankmeter Die Tankmeter war echt echt sicher, also Also ich fand echt die Tankmeter Die war ein bisschen... Naja, aber... Du kannst das Skill haben wie du wolltest Wenn die Gegner total Tanky waren, kannst du nichts machen Das ist echt so Das ist echt so... Du brauchst halt bloß einen Maokai oder so Oder du gefielst einen Top-Lainer als Gegner und das ist... Ah, nein, nein Ah, shit, 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 okay Aber du bist tot, das machst du schon Das ist echt so... Ich hab' nicht, was ich mir holen soll Ich weiß nicht, was ich mir holen soll Ich hab' nicht, was ich mir holen soll Ich hab' nicht, was ich mir holen soll Außerweil, wenn und Ja, das sind 3% Also komm auf Das hält Ja, das ist nicht nur Masteries Ich hab' nicht, nur drei Warte mal, glaub' ich Warte mal, die Jöte ist noch 7% Oh, 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 oh Der Traveld Serda drehen alle musik und wenn wir wieder spielen anzunehmen die ganzen nun zu holen er hat größte durch die heute größte als die als Mitspieler Hals oder auch ausgeteilt geltet kommt Kussböhmung auf die Strecke flog grecken wir haben diese ganze diese ganze Schattenkugel der Barbarbarbarbar Tod der Fall der Bestellte schießt nicht schnell aber das ist so geschahen oder was sie tun Ich hab dich jetzt gekillt. Ich hab dich jetzt gekillt. Eieieiei. Ich hab dich jetzt gekillt. Warte, Junge! Junge, komm, stirb, stirb, stirb! Nein! Komm her! Ja, Mann! Ich hab zwar überlackt, 304 Millisekunden, aber... Du sagst gar nichts mehr. Hallo? Wunderbar! Ja, hab ich gemerkt, Alter. Du hast gar nichts mehr gesagt. Ein Handy ist die ganze Zeit geil. Ach so, ach so.